Hallo, liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, es ist recht spät, aber es kommt jetzt. Wir reagieren auf das neue Frauenlied von Katja Krasavitz. Ich habe auch die Box bestellt, ich habe das Paket zu Frauen. Ich bin mega Hype, weil ja auch ein Dieter-Double da mitspielt. Aber bin ich mega Hype, auch auf das Video, das soll ja auch ganz gut sein. Äh, genau. Und da hören wir jetzt rein. Ich rede mal nicht im Hintergrund, ich rede danach, rede ich mal. Und dann schauen wir mal, wie das wird. Zehn Sekunden noch. Und ja, also da bin ich echt gespannt, ey. Weil es soll so krass sein, ne? Uiuiuiuiuiuiui. Ich freue mich so auf das Lied, weil mega, die Hörprobe war mega. Ey, geil 4.000 4.000 Leute sind da Ja, 5.000 Ich finde das krass Video ist Bombe Ich finde geil das mit dem Dings 5.000 Leute Ja, ich weiß Nicht denken ist so leicht Ey, Frauen müssen das gar nicht Das mit Dings ist geil Ja, ich weiß Nicht denken ist so leicht Aber vielleicht Checkst du es mit der Zeit Ey, Frauen müssen doch gar nichts Und nur 2 Minuten Also ich finde es Also es hat 6.000 Zuschauer Wenn ich jetzt visette, dann kommt das Video Äh, ich finde Also Der Refrain Ist Bombe Ist wirklich Bombe Und die Diese Diese Nebensachen Sind so Ja Also Es ist schon gut Natürlich Alter Mega geil Gut Lasst natürlich ein Like da Und schaut Definitiv bei Katja vorbei Kurs an euch Ciao, ciao 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 Ciao